Ich kann dir hier drüben Hilfe gebrauchen. Die Arbeit ist noch längst nicht vorbei. Das sieht nicht gut aus. Jetzt können wir diesen Ort rehabilitieren. Wir haben mehr Kameras hier als E-Live. Das kann so nicht bleiben, wenn wir herausfinden, dass wir die Radarstation erobert haben, werden können. Ich könnte hier drüben Hilfe gebrauchen. So, die macht Dings. Mach mal Platz, du fette Sau hier, ey. Ich kann doch nicht mal einkaufen, ey. Die dicken Menschen überall. Das sieht nicht gut aus. Noch einen ziehen. Schön. Wir haben mehr Kameras hier als E-Live. Die Arbeit ist noch längst nicht vorbei. Hm. Ich lasse mich jetzt schon mal schulde einfach. Wow, Bewegung! Ich kann auch gar nicht schulde. Ey, weißt du, wozu du die Wespen noch benutzen kannst? Aber was? Da ist ein NPC gerade gestorben, durch die Wespen, guck. Wer war das? George. Siehst du das? Die alte Liege da vorne. Die ist gerade durch die Wespen gestorben. Ich habe schon viel von dir gehört. Du bist eine richtige Inspiration. Ich hatte da oben ist auch irgendwas, bestimmt. Ja, da unten ist noch Klatsch, nix. Ja, ich bin jetzt da so was, wenn ich das so hoch habe. So. Mach ruhig. Guck mal, was ich gekauft habe, Junge. Was hast du gekauft? Granatenwerfer, oder was? Ja, nice. Was noch hier? Vielleicht kann man durchgeraten. Wir kriegen aber gerne alles zu erhöhen. Da ist ein Heli-Flugplatz. Warum, hä, warum kann man sich hier keine Helis kaufen, wenn hier schon viel Platz ist? Schrauber-Landeplatz. Hier. Hier ist ein Heli-Schrauber-Landeplatz. Da unten, ja. Aber du kannst keine Helis kaufen. Ich habe eine ganz dumme Befürchtung. Weißt du, was das für eine Klatsch nächste Mission sein könnte? Hubschrauber? Ja. Ach, da bin ich dabei. Wir hatten bisher noch keine Hubschrauber-Mission gehabt. Da wäre ich voll dabei. Schrauber-Mission, beste. Was ist das Kacke? Oh, hier ist ein Schlüssel. Hier ist ein Schlüssel. Das heißt, hier gibt es irgendwo. Was in der Tür. Was ich da einen Schlüssel denn schon hab, Alter? Ich auch. Ich muss irgendwo... Hey, Leute, ich bin sogar direkt da. Oh, da drüben ist die nächste. Hubs zerstört. Gleich nach unten. Gleich nach unten. ich höre auch noch wie dreckig er abstürzt Leute Schade eigentlich um die Helis ne Schade um die Helis oder sogar direkt oben gelandet mit Dynamit Ok aber wo ist der verschlossene Raum Das ist die andere Frage So hier wäre die Leiter gewesen dazu Ah ja ok Ja das ist die andere Frage genau Na ja stand da irgendwas dazu Ne Aber irgendwo muss ein verschlossener Raum sein Ja bei mir Bei dir? Ah da unten Ok doch nicht Wie doch nicht Hey War kein Dingsraum Aber auch cool Hier gibt es einen Dingswerfer Alter Paketwerfer Nein Ich will diesen schwulen Bogen nicht Ich will das Geld Oh ich komme nicht raus Ja toll Scheiß Mülltonne liegt hier Aber irgendwo muss das Ding sein Aber wo? Lass mal zu Die knallen sich hier Die knallen sich hier wieder gegenseitig ab Die Idioten Hä? Da läuft doch einer Da macht ja nix Da läuft doch gegenseitig Guck mal die hat das Ding in der Fresse Die hat ein Pfeil in der Fresse Guck mal im Kinn Oh schade jetzt ist sie weg Danke dass du auf mich aufpasst Sehe mich zurück Aber ist hier vielleicht irgendwas? He? Das kann doch nicht sein Wo ist denn der Raum? Es bleibt zu wissen was das für ein Schlüssel war Und was drinnen stand Gar nix Da stand nix dran Stand einfach nur Schlüssel aufgehoben Damit kann ich auch viel anfangen Wenn der Tag lang ist Wo lagen der Schlüssel? Hier oben Warst du wo du jetzt bist? Ja Also hier oben wo ich gerade stehe Hier lag der Schlüssel Hier Ja und hier kommst du ja nochmal hoch Aber Keine Tür Nichts Wow Jetzt steht da ein Heli auf dem Hubschrauberland Das ist da Da drüben war ich auch schon Da war ich schon Und in dem Gebäude war ich auch schon Aber da ist nirgends Eine verschlossene Tür Das ist komisch Hm Na mal gucken was das Klacknixen ist Das Sacknixen ist Das Sacknixen Das Sacknixen Oh oh Wingshoot oder? Oh nein Nicht Oh ich glaube schon In den Wochen im Vorfeld des 10. Mai 1901 Ich glaube schon Warum zündel dich an? Ja Noch eine Doch nicht Oh God Beh requested fahrliec Jetzt hat er den Dreh raus. Das alles könnte ganz schnell, ganz gut. Was zur Hölle? Das nenne ich mal einen Glaubensbeweis. Ihr seht überhaupt nicht, wo er landen wird. Ah nein, 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 nein. Oh scheiße. Du warst zu weit weg. Ich kam nicht mehr hinterher. Willst du vorfahren? Nee, fahr du mal ruhig vor. Das Problem ist, ich hab grad gar nicht gecheckt, dass es voll weit in der Runden geht. Hat es mir dreimal weggebrezelt. Sich grad dreimal überschlagen oder so. Alter, ich wusste gar nicht mehr, wo ich bin. Boah, ist das heftig, Alter. Bin gespannt, wie lange wir noch brauchen, um es komplett abzuschließen. Ja, bin ich auch bespannter. Puh, was irgendjemand hat mir geschrieben bei, äh, Steam. Oder das Backy-Man habe ich mit eingegraben. Was, wir keulen die Schwachen, wir tun, was getan werden muss. Puh. Ja, ja, ich weiß. Ich hab heute auch ziemlich viel gemacht, ich hab heute die, äh, ähm, boah, wie heißen diese Wolf-Mission, diese Schatzkammer haben ich gemacht, hab jetzt endlich die Rüstung von denen, ist anscheinend auch die stärkste Rüstung, die man haben kann. Alter, meine Güte, Alter, ich hasse gerade fahren, nein, Digga, Alter, Mann, was passiert? Nein, 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 ich bin schon da. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Ich komm nicht mehr. Wieso nicht? Kein Bock mehr. Genau so. Ich hab ein Looping gemacht, aber halt als Schraube und bin gelandet. Lüüüüüüüü. Du hast die Verstecke und die Brutus-Rüstung. Ja, die Rüstung ist die stärkste, weil du 13 abgehend hast. Oh nice Ja, die habe ich auf jeden Fall gemacht Und jetzt kaufe ich noch den Rest von oben und so und mache die da kleine Missionen alle noch Ja, okay, tschüss Was? Keine Ahnung, wir waren überhaupt bei uns um Dings Was? Weiß ich nicht Irgendjemand ist disconnected gerade Was zum? Geht schon mal Okay, jetzt haben wir schon wieder einen Haufen geschafft hier oben eigentlich Na ja, was soll denn noch jetzt hier? Ah hier, Grand Slam wollte ich noch machen unbedingt Okay, genau Und dann wollten wir Ja, das wären die letzten Karten jetzt noch Das heißt, das wäre dann auch wieder abgeschlossen die Mission Können wir die Grand Slam machen? Wo ist denn? Da ist kein Heli da, ne? Ja ist so, vorhin war doch noch einer da Oder behindert, ja Ja richtig behindert, was ist denn das für eine Scheiße? Oh Gott, vor allem du kannst noch nicht mal ein Heli kaufen Was ist denn das für eine Scheiße? Was ist das für eine Scheiße? Was ist das für eine Scheiße? Eine ist herausfordernd, was schlagen Eine ist scheiße Oh okay Ich wollte eben hier gucken, da gibt es aber was Ja so, aufs Maul gibt es hier glaube ich nichts Weste für dich Mach mal die Scheißmusik aus, Alter, ich hab's dir nicht angemacht, du Kribbel, Alter, stirb aber was dann, schon alleine dafür, dass du hier so rumschirmst, Alter Das wird lustig, ich freu mich jetzt schon, ob es ist, also Auf das Ende sozusagen und auf den nächsten Teil zugleich, da bin ich jetzt schon gespannt Von was jetzt? Von Assassin's Creed Revelations, spiel ich dann als nächstes Mal Ja, von der Story bin ich gespannt, New Dawn von Parktry bin ich auch gespannt, äh, guck die Story Okay, haben wir, haben wir gemacht, ne? Haben wir jetzt, äh, abgeschlossen, ne? Das Thema ist dann auch mal durch, ne? Bringe das Fleisch zu Chat Ach so, ja, die haben wir ja auch noch offen Baseballkarten gesammelt, 8 von 9, hä? Digga, die 8 von 9 Das nächste ist jetzt da unten, oder was? Band slam, hier haste ein 8 von 9, steht da oben Ja, ja, Alter, da schreit nach einem Baseclamp Wo ist denn die letzte? Die hat da unten, die hab ich da markiert Ey, da ist, bei mir ist gar nix da Bei mir schon Bei mir ist es sogar Gold markiert, sonst sieht man von hier aus sogar Deswegen hab ich gesagt, das schreit nach einem Basejump Machst du morgen Brotherhood und wenn ja, wann gehst du live? Boah, ich hab keine Ahnung, morgen ist Wochenende Sollen wir mal platten? Morgen ist Wochenende, da kann es sein, dass es so Boah, es ist echt spontan immer, das ist immer ein bisschen blöd Ich glaub, ich sollte mir mal eine WhatsApp-Gruppe oder so, äh Reinschmirgeln, Alter, für, für, äh, live gehen, oder? Ähm Wo bist du denn jetzt? Hier, vorne, hier Ja, und da unten ist es direkt Wann ich live geh, weiß ich noch nicht, aber es könnte so, äh, 14 Uhr werden Ist egal, flieg aber weiter Nein, nein, ich flieg jetzt nicht weiter Hat er jetzt einfach nicht gemacht, ey Doch hab ich Dann will man schon mal Basejumpen, ey, und du machst alles kaputt Ja, genau Stuck an nem Baum Ich denk mal so 14 Uhr, ja, ich mach Brotherhood morgen weiter, ja Genauso wie Far Cry, ich versuch irgendwie grad beide Teile irgendwie abzuschließen Was ziemlich, ziemlich schwer ist irgendwie, ich weiß auch nicht warum Warst du jetzt da drin oder nicht? Ja Und? Ja, ein Heft war drin und hat Munition Du musst da mal vorfliegen, weil ich, bei mir, ich hab erst nix ver... Ja, warte doch mal, ich muss erst mal das Heft einsammeln, hier, das Porno-Heft Das sind nämlich immer Vorteilspunkte Ich weiß Wo bist du denn überhaupt? Ja, hier vorne an das Ding Komma da nicht hoch Doch, komm an Ja, ich will ein bisschen höher sein, weil ansonsten nicht, dass wir auch wieder auf die Fresse fliegen Ja, du landest schön heile und ich fliege meistens auf die Fresse Äh, bist du schon losgeflogen? Ja Oh, wow Ich hab doch gesagt, ich wollte noch höher gehen Okay Wow Ich fliege direkt gegen den Ast, alter Oh mein Gott So, und wenn du Leonardos Missionen abschließt, siehst du bei den Rüstungen, wie die, äh, Maschinen aussahen, wie du bekommst einen Fallschirm Oh, nein Oh nein Fallschirm Ja, bei, äh, also so ein Streetcar, hier, äh, Ghostgamer schracken Ach so Das ist nice Mit dem Fallschirm Cool Juhuuu Das hat echt überall runter springen, ne? Ja Das ist so eine spectragerunde Ja, wurde, sammel die sande ein Äh, hast du die schon eingesammelt? Ich habe die sande einsammeln Hast du die schon? N- N- 했 Bei mir wird hier gar keine angezeigt. Bei mir auch nicht mehr. Hey, warum ist das jetzt so verpackt? Erzähl mir das mal. Ich hab keine Ahnung. Was ist das? Ah, da ist eine Nebenmission. Oh, direkt machen. Hier drüben ist auch noch was frei. Und in dem Gebiet hier waren wir noch gar nicht. Ja, passiert. Hier sind noch Platten. Ja, ja. Da sind noch Platten und da ist noch eine Nebenmission. Warte mal. Falls es dumme ist. Wir müssen die hier auch noch machen. Die Cheeseburger Wackekäpfe. Ja, ich weiß. Wir müssen alles mögliche noch machen. Deswegen sag ich ja, wir müssen systematisch einfach vorgehen. Einfach eins nach dem anderen, was gerade auf dem Weg liegt. Einfach nebenbei machen. Und da ist auch noch ein Feuerzeug. Ja, und ich denke mal, die Strecken, die noch dunkel sind, das sind genau die Stellen, wo wir mit dem Helikopter drüber geflogen sind. Das kann sein. Und die, äh, nicht aufgetackt worden sind. Das kann sein. Wir müssen da halt viel Fahrt. Da ist auch noch ein Feuerzeug. Das ist alles schön. Ja, da vorne ist das. Vorne ist das, was ich gesucht habe. Rotlachs. Angelgebiet Rotlachs entdeckt. Da ist auch ein Comic. Da ist auch ein Feuerzeug. Ich denke, ich meine, wenn wir das unterwegs alles machen, dann passt es schon. Ich meine, hier ist sowieso alles so durcheinandergewürfelt in dem Game. Hier, warte mal, jetzt habe ich das hier vorerst. Ja, die letzten Platten. Das ist, das ist, das, das oleizt. Das... Das ist, das, das, das... Das... Das Landkisten. Ist das hier ein bisschen verjummt. Das habe ich Ihnen erst schon gesählt. Der Feuerzeug ist uns noch. Holy shit! Ja, Wolfsköhle? Ah ja. Leute, hier brennt ein Baum, warum? So, ah, da ist der Wolfsküter, so, naja, praktisch wäre jetzt eigentlich nur, wenn man, keine Ahnung, wenn man jetzt erstmal die Nebenmission macht, dann die Platten holt, dann den Punkt noch einnimmt, Parkeingang, da hinten ist noch ein Punkt. Ja, wie gesagt, das Missionsziel ist ja doch der Wolfsküter, der noch offen ist. Und dann können wir ja... Ja, aber hier ist ja noch eine Nebenmission. Wo? Direkt vor mir. Ja. Und dann hätte ich gesagt, dann zu den Platten, dann auf den Punkt hier gemacht, dann keine Ahnung. Ja. Wir Platten den Punkt, dann können wir hier drüben den Punkt auch noch mitmachen. Bring in Chat das Fleisch, das hätten wir auch nebenbei noch machen können, wenn wir hier schon nach oben sind. Können wir da noch hinfahren können. Ja, dann lassen wir erstmal seine Nebenmissionen und dann... Genau, und dann fahren wir eins nach dem anderen ab. Genau. Ja gut, steig auf, ach so bist du schon. Bin schon drauf. Ich fand ja eigentlich nur, dass der Herr ja nicht mal losfährt. Pass auf, außer ADK-ÖB, dass er mutiert und es geht gleich hoch. Nee. Diesmal nicht. Ach, diesmal nicht. Nee. Weil er Angst hat, dass du wieder stürmst und ich nicht. Nee, 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 nee. Nee, deswegen nicht. Also drei, eineinhalb Stunden soweit. Das ist drüben. Nee, das ist drüben. Nee. Nee, da sind wir noch. Nee. Oh, Alter. Alter, was ist denn das? Du bist direkt vorbeigefahren, ne, by the way? Bisslibehr, was, was? Achso, ja, 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 ja. Is it dude? Jetzt is it dude. Alpha, ey. Oh, ich, oh, und ich dachte schon, das wär ein Alpha-Cabin. Oh, grad vorhin, wie fang Cadins alles aus? Das war knapp, du hast uns gerettet. Das war knapp, du hast uns gerettet. Das war knapp, du hast uns gerettet. os Was? Ah, hier, du musst Dingen, hier sind Maps und so, komm mal, und sammle das Zeug mal ein. Hier ist ne Map, also hier ist anscheinend irgendein Standort drauf. Ja, akustischer Wolfgitter und da hinten auch noch, komm. Hier, und hier liegt sogar noch ein Schlüssel. Hier ist ein Dings. Ja, Wolfgitter und hier liegt der Schlüssel. Für irgendwas. Ranger-Stations-Schlüssel steht da. Ja, das ist doch die Ranger-Station hier, oder? Ja, Ranger-Station. Also müsste hier irgendwo ein Raum sein, der noch nicht offen ist. Obwohl hier schon... Öffnet den Schuppen der Ranger-Station, steht hier. Ja. Ja, und welchen Schuppen? Der Schuppen, der mit Head & Shoulder ist nicht weggegangen. Masch, hier ist doch ein Schuppen da. Ich muss in dem cotzen. Ja,ich kann sie nicht weggegangen. Dann rausgesst er einfach mal auf! Jäu-Jäu-Jäu-Jäu! Und dann rausgesst die V alkaline-Jäu-Jäu-Jäu-Jäu. Und du? Ich rufe!